Liebe Freunde und Wohltäter, seit Jahren sind viele von Ihnen angefangen in Australien, über die Philippinen und Südkorea, dann in 15 Ländern Europas und 4 Ländern Lateinamerikas, in den USA und in Kanada, Treuespender von der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Ohne ihre Gaben könnten wir kaum etwas ausrichten. Dafür möchten wir und all jene, die ihre Hilfe erfahren, Ihnen einmal ein großes herzliches Danke sagen. Die Dankbarkeit gehört zur Liebe und sie zieht die Gnadengaben Gottes auf uns herab, sagte die große Kirchenlehrerin Theresia von Lisie. Auch wenn die meisten von Ihnen im Verborgenen bleiben möchten und diesen Dank nicht erwarten, ist es uns und unseren notleidenden Brüdern und Schwestern sehr wichtig, ihnen unsere Dankbarkeit ganz persönlich auszudrücken. Immer wieder erfahren wir auch von ihren Nöten, die oft weniger materielle Art sind, sondern vielmehr das Familienleben, die geistlichen Herausforderungen in den Fahrgemeinschaften oder im Leben der Kirche, die Umstände am Arbeitsplatz oder ihre Gesundheit betreffen. Daher haben wir uns als Ausdruck unserer tiefen Dankbarkeit und Verbundenheit entschlossen, Ihnen jedes Jahr einen besonderen Tag, einen Tag der Wohltäter zu schenken, an dem wir mit allen unseren Projektpartnern ganz bewusst für Sie und Ihre Anliegen beten. Für diesen Tag der Wohltäter haben wir das Hochfest des heiligsten Herzens Jesu gewählt, das wir in diesem Jahr am 11. Juni vereinen werden. Denn ihre Großherzigkeit hat ihren Ursprung und ihre Kraft in der Nachahmung der barmherzigen Liebe des göttlichen Herzens. Diese Liebe ist das Herz von Kirchenot. Denn Gottes und Nächstenliebe sind untrennbar. Das durchbohrte Erlöserherz offenbart uns, dass Gott reine Liebe und Barmherzigkeit ist. Wer barmherzig ist, ahmt Gott in seiner größten Eigenschaft nach. Er tut, steht das, was eine gute Mutter und ein guter Vater für sein Kind tun würden. Die schönste Weise zu danken, ist die heilige Eucharistie zu feiern. Eucharistie bedeutet Danksagung. Darum werden am 11. Juni am Herz Jesu Fest tausende Bischöfe und Priester auf der ganzen Welt, besonders für Sie, liebe Freunde und Wohltäter, das heilige Messopfer darbringen. Und zusammen mit vielen Ordensschwestern, Seminaristen, Novizen, Katecheten, Pfarreien, Familien und leidenden Christen, deren Not sie gelindert haben, für ihre Anliegen beten. In besonderer Weise möchten wir der kranken, alten und einsamen Wohltäter gedenken, die oft nur das Schärflein der Witwe wie im Evangelium geben können, deren Treue und Liebe aber ein wahres Abbild des Herzens Jesu sind. Danke, liebe Freunde und Wohltäter, für ihre Antwort auf die Liebe Gottes. Danke für ihr offenes Herz, das die Nöte der anderen sieht. Danke, dass sie ihr liebendes Herz auch in ihren schenkenden Händen tragen.